Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde und zwar einem neuen Modus. Wir spielen heute TryJump mit... Wer ist dabei? Mir! Ja, sie! Also, ja, ich. Hallo! Hallo, es ist die Skrizzle. Skrizzle. Immerhin habe ich die ausgesprochen, lober dich. Ja, danke. Wir spielen einen Modus, der ähnlich ist wie Jump League, nur nicht so frustrierend. Zumindest scheint es... Ich bin schon zweimal runtergefallen, also ja. Ja, ich schon dreimal. Okay, aber immerhin... Jetzt ist es einfach. Dann wird der Modus einfacher. Richtig, somit wird der Modus auch schon erklärt. Wir haben wie bei Jump League auch Module. Und wenn man halt dreimal runterfällt, wird das Modul einfacher. Man bekommt dafür aber weniger Punkte. Genau. Was wir noch nicht erwähnt haben. Man bekommt für jedes Modul Punkte und am Ende kann man sich für die Punkte was kaufen. Ja, so sieht das nämlich aus. Dann wird wieder dick gefightet, wo wir dann natürlich den Pass 1 belegen werden. Ja, wer, wenn nicht, ne? Das war doch jetzt hier die Voraussetzung, unter der ich mitspielen darf. Genau, ja. Wenn wir nicht gewinnen, dann nie wieder. Ne? Pflege ich raus. Bisschen Bescheid. Werde ich auf die Straße gesetzt. Ja. Wir haben noch ein reiliges Tierchen. Dann kann ich den nächsten abholen. Was? Würdest du einen Straßenhund adoptieren, wenn du jetzt so einen sehen würdest? Oder bist du eher so der Typ, der sagt, lieber dann einen, wo du weißt, wo er herkommt, aus einer Familienzucht oder sowas? Wieso sollte ich den nicht adoptieren? Man muss jedes Tier lieben. Ja. Auch die Straßentiere. Ich muss dir jetzt zugeben, mein Hündchen, was hier rumfleucht, ist so ein, ja, so ein Moodepüppchen, also so ein winziger kleiner Hund, aber mein Gott, wenn du dich verliebst. Ein Chihuahua? Ne, Zwergspitz. Au, oh, der ist auch süß. Ja, die sind schön flauschig. Oh Mann, ey, ich fall nur noch runter. Wir hatten mal zwei Chihuahuas. Echt? Was ist mit denen passiert? Auf dem Grill gelandet? Ja, genau. Ja, doch, hat der Hunger? Ja, doch, ne, Sommer, ne, dann muss man halt auch mal überlegen, wie man von der Familie opfert, ne? Genau, ich zahle dich viel dran, aber immerhin hat man was zu essen. Ja, war köstlich, oder? Ja, und man bekommt ja auch neue Hunde umsonst auf der Straße, also von daher. Wo wir wieder bei den Straßen sind. So schließt sich der Kreis. Ich soll jetzt mal eben kurz konzentrieren, ganz kurz nur, die sind scheiße Sonnenliegen. Ich kann weiter labern, ohne dass mir jemand zuhören muss, nein, Scherz. Und? Ja, ich hab das geschafft, ja. Wie du siehst, bist du vor mir. Scheiße. Ich, ich achte natürlich nicht drauf, wo ich stehe. Ich gucke natürlich nur auf mich. Oh, man. Diese 4er-Jumps. Ja, ich warte immer drauf, dass die Module einfacher werden. Kann ich mir zwar nichts kaufen, aber... Du musst ja nicht drauf warten, du musst einfach nur runterspringen. Ich kann den Death-Ding-Sie nicht so oft aktivieren. Mist. Zack, zack, zack. Das war ganz witzig, gleich am Anfang, als ich das Modul als erstes mal gespielt habe, ohne Aufnahme damals noch, hatte ich immer zwei Module, die ich machen konnte. Das war wohl noch ein Server-Problem, war aber ganz witzig. Zwei? Ja, gleich immer parallel nebeneinander, da sind immer zwei gespawnt, weißt du? Ich hab eins beendet, haben zwei neue. Interessant. Ja, ne, also... Diejenigen unter uns, die Death auch gerne hätten. Ich hab grad 300 Punkte für das Modul bekommen. Ohne oder mit Fehler? Also mit... Äh, mit einem Fehler. Ja, ich weiß nicht, vielleicht skaliert das so ein bisschen, weißt du, dass wenn du halt... Oh, puh, das war knapp, wenn du halt einen Fehler hast, dass du dann quasi weniger bekommst. Tatsächlich, schon wieder, ist so, anscheinend, ja. Oh, cool, cool. Das, den man bekommt für... Oh, okay. Mit drei Fehler, also fürs Leichte kriegt man ja 200. Mhm. Und sonst wusste ich eigentlich nur von 250. Warum backt der bei Lian so rum? Da hätte sich gar nicht runterfallen dürfen. Ja, aber mir backt der auch gerade an den Lian, Lian, okay. Schon wieder? Was ist das denn? Ja, wenn das... Wenn das Modul einfacher wird, dann brauchst du die auch nicht mehr... Also doch, zum Ende nochmal, verdammt. Egal. Ich will aber nicht das Einfache. Ich möchte es gerne auch so schaffen können. Das wäre freundlich. Ja, da... Ah! Bei dem Modul danach bin ich einfach gerade ausgelaufen. War keine gute Idee. Wie man vielleicht gehört hat. Und einem siegessicheren Kampfschrei. Ja. Ah! Oh Mann. Hat sich fast so angehört, als wäre es so runtergefallen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ach, nee. Das war nur meine Katze, die ich aus dem Fenster geworfen habe. Nee. Nicht mehr. Nee, Scherz. Ah. Jetzt habe ich das Modul auch geschafft. Tick. Und ja, jetzt erwartet euch auf jeden Fall eine neue Serie hiervon. Yay! Begeisterung! Jetzt haben wir das erste Video gemacht und jetzt muss das immer kommen. Für immer. Mein ganzes Leben lang. Und wenn der Server mal down geht, dann musst du deinen eigenen machen und Trijump etablieren, ja? Oder ich bende alles. Nein! Das wäre aber auch eine Alternative. Du hast übrigens jetzt einen Titel für deine Folge. Ja. Cody schließt seinen Kanal. Clickbait! Matthias, schon wieder? Ich habe doch gerade erst neu eröffnet. Egal. Clickbait! Na prinzipiell, ja, ein bisschen, man muss hier überlegen, wo man hin möchte, ne? Also, je nachdem, was aus deinem Front näher so drauf gehört. Ah, da ist wieder das Zoo-Modul. Bist du da schon? Noch Platz 1, leider. Wow. Ah, du, du gehst ordentlich ab hier. Ja, ich bringe dich auf, woher der Abkehr von Schnitzel-Diene und so. Ach, da muss man hin! Scheiße. Da ist er noch gleich auf. Ich bin beim Löwen gestorben. Ich habe das gar nicht verstanden, dieses Modul. Der Löwe ist auch gefährlich. Du bist nicht mehr beim Zoo-Modul. Ja, aber ich mag Löwen. Löwen sind so mit meine Lieblingstiere. Auch weil ich Sternzeichen-Löwe bin. Glaubst du an Sternzeichen und sowas? Also, ich glaube schon, dass es Sternzeichen gibt. Echt? Krass. Was für ein Sternzeichen bist du? Ich habe auch eins. Ein Wassermann. Oh Gott, jetzt müsste ich raten, wann du gewurzterkackst bist. Ja, dann rate doch. Nein, nein, nein. RATTE! Peinlich. Irgendwann im Oktober. Hat was noch mal im Oktober? Oder nee. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Zum Anfang des Jahres. Oh, okay. Ja, Oktober war glaube ich... Nee, nicht Jungfrau Wage? Keine Ahnung. Äh, dann... Nee, ich weiß das selber nicht. Januar? Oder Februar? Ja. Okay, äh, 17. Februar? Nee. Zweiter Februar? Ja. Ja? Ja. Warst du jetzt im Ernst? Ja! Wow, awesome! Ich habe nur noch 700 Versuche gebraucht. Wie bei den Modulgraden. Aber bei Februar hast du nur zwei gebraucht. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ja, also zählen sollte noch drin sein, aber... Mehr musst du dann auch nicht können, ne? Eben. Mehr brauche ich für YouTube nicht. Och, Gott. Naja, du brauchst nur Leidensfähigkeit. Das ist wichtig. Wenn du auf YouTube unterwegs bist, du musst leiden können. Oh ja, da habe ich schon genug von gelitten. Oh, es hat jemand... Nee, hat nicht jemand geschafft. Das war das für ein Geräusch. Ups. Doch hat jemand geschafft. Jetzt hat es jemand geschafft. Das ist ja gemein. Oh nein, ich bin aber gerade bei Juno 10. Und ich glaube, ich habe kein einziges Modul geschafft. Okay, als ob ich das jetzt noch schaffe. Okay. Was ist... Nee, also nicht. So, jetzt beginnt die Phase, in der wir uns ausrüsten dürfen. Und... Oh, du hast so viel Geld. Das ist was abhören. Ich glaube, ich muss mal gucken, ob ich mich überhaupt komplett equipten kann mit dem, was ich habe. Die will jetzt nicht schnurren, deswegen kann ich natürlich... Ja, ja, läuft bei mir. Passt alles. Okay. So. Schnurren. Ich hole mir jetzt noch ein bisschen Essen. Oh, dann bin ich auch schon fast fertig. Wolltest du gucken für uns alle? Party! Nee. Ich glaube, das haben die gar nicht verdient. Die waren so gemein. Die haben das einfach beendet. Oh, ich habe auf mein Schwert Sharpness und Knockback bekommen. Hey, hey. Willst du mit mir kämpfen? Hier. Ja, klar. Come on. Ich habe auf mein Schwert... Schärfer als nur. Komm mal, ja. Komm. Ups, warte mal. Du kannst mal ein Skip eingeben. Vielleicht machen die ja mit. Stimmt. Wenn man ein Skip eingeben, dann skippt man das vielleicht. Ja. Ja, sie machen mit. Awesome! Und wir sind in der Teamlobby. Das heißt, wir können... Oh, Lord Zombie ist da. Wir können teamen. Ja. Klingt logisch. Genau. Falls wir uns finden sollten. Ja, das Gute ist, hier sind die Maps nicht so riesig wie jetzt zum Beispiel bei Jump League. Also zumindest ist mir noch keine riesige Map begegnet. In dem Verhältnis wie bei Jump League. Das werden wir jetzt gleich sehen, würde ich mal hoffen. Ja, und sonst suche ich dich einfach trotzdem. Ja. Ich werde immer zu dir finden, Cody. Echt? Die Map kenne ich sogar, glaube ich. Ich auch. Ja, die hatten wir doch gestern zusammen gespielt, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Nein! Ich werde verprügelt. Hilfe! Der Typ hier, der staubt alles ab. Ich bin doch ein friedvoller Typ. Wow! Ich habe den ersten weggeschnetzelt und den zweiten weggeschnetzelt. So, wo bist du jetzt? Ach da! Ich bin hinter dir. Wow! Okay. Okay, okay. Lass uns den töten. Mir ist gerade aufgefallen, dass Knockback-Schwerder gar nicht so toll sind. Weg ist er. Oh, oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ja, der hat nix. Der kann nix. Der kann gar nix. Da ist der Nächste. Der ist der gleiche, oder? Zack. Boah, ich habe dich geäußert. Nee, das war nicht der gleiche. Was, warum laufen die alle ohne Rüstung rum? Was ist mit dem los? Wir würden einfach penetrieren. Ich muss mal kurz das Essen. Okay, ich mache einfach weiter, ja. Ja, ja. Mach mal weiter. Ups, ich habe dich geschlagen. Aber ich wollte dich natürlich boosten. Gibst du, du stehst drauf. Ha! Nein, Scherz. Halt du doch auf. Ah! Wohin, Achtung. Ah! Ich muss mal kurz was futtern. So ein Steak zwischendurch reinklatschen. Wow. Ja, also Knockback ist witzig. Ist nur nervig immer hinterher zu sein. Ja, kann eben, wollte ich gerade sagen. Das ist nicht immer von Vorteil. Komm, wir räumen auf. Tue wir ja. Definitiv. Oh, oh. Drei Herzen noch. Oh, eineinhalb noch. Oh, ich habe noch zwei Herzen. Moment, okay. Aber ich glaube, ich sehe dich gerade schon wieder. Ich renne einfach nochmal da hin. Ich bin gerade oben drauf. Oh, nice. Den habe ich. In dem Müll. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Ich wreck my Quartz. Und beobachte euch. Nicht sterben. Ja, ich gebe mal. Okay, gut. Aber noch lebe ich, Cody. Ich habe noch ein Leben, aber ich lebe noch. Für dich. Das ist gut. Wo bist du? Wow. In der Mitte drunter. Oh, oh, da bin ich auch. Oh, ich sehe dich, glaube ich. Komm, bist du tot? Du bist tot. Warum? Warum bin ich gestorben? Also, ich stehe immer noch in der Mitte. Wenn du Lust hast und Zeit hast, komm doch vorbei. Liebe Grüße, Skritze. Könnte mir jemand verantworten, warum ich tot bin? Oh, ich bin in der Mitte. Ja, ich habe gesehen, wie du gerade runtergefallen bist. Ich muss aber gerade noch hier mit deinem Schubser. Ich glaube, das lag ein bisschen. Also, ich habe gerade überhaupt nicht mitbekommen, wie ich gestorben bin. Ach, da bist du. Ich bin hinter dir. Ich habe es gesehen. Wenn du willst, ne? Oh, dann gibt's TNT. Oh, dann gibt's TNT. Du hast das abbekommen vom TNT. Ups. Und ich habe auch Pfeile. Soll er nur herkommen. So, ich habe ein Pfeil und ein bisschen Stakes. Bitte, schieß mich nicht. Huh. Wo kam gerade der Pfeil her? Von mir. Ach, da sind die. Dahinten, dahinten, dahinten. Ja. Toll, ich habe jetzt schon einen Pfeil gezogen. Ich muss jetzt ein bisschen laufen, aber... Läuft. Ich schleiche einfach mal hinter dir her. Ah, ich habe ihn erwischt, ich habe ihn erwischt. Ja. Oh, fack er mich auf. Okay, blöd. Blöd gelaufen, blöd gelaufen. Tut mir leid. Ach, alles ist gut. Noch. Ja, ich habe noch eineinhalb Herzen. Oh. Oh, die kämpfen gerade gegeneinander. Das ist gut. Mitmischen. Pass auf, das. Nicht mehr viele Herzen. Du bist runtergefallen. Ich lebe noch. Ich verstecke mich gerade. Ich lebe aber noch. Sneaky, sneaky. Ach so, wir sind wieder... Nein. Ah. Boah, die wird ihren Scheiß feilen. Ich habe noch drei Herzen. Ich habe noch drei Herzen. Und ich habe drei Herzen weniger als voll. Ein, du würdest dich abwohnen, voll in extra Pfeile zu investieren. Wow. Okay, ich wurde gerade von ihm. Für Schutz. Okay. So, aber ich lebe noch. Ich lebe noch. Oh, da bist du. Okay, gut. Ich auch noch. Brauchst du eigentlich noch irgendwas? Du kannst noch einmal sterben. Bei mir wird es schon langsam kritisch. Ach, ich habe noch zwei Leben. Lol. Ja. Dann exilte das eine gar nicht als tot. Könnte das sein? Bist du davor schon mal gestorben? Ich dachte, es wäre dein einziger Tod gewesen. Oh, oh, oh. Nicht sterben. Doch, warum nicht? Ja, ich habe den einen getötet. Hilfe. Was? Hilfe. Komm in die Mitte. Mami. Ah, da bist du. Ja. Da ist der. Ich glaube, der hat wieder einen Bogen ausgerüstet. Pass auf. Ah, okay, der kann boxen. Huch, manchmal hat man hier noch die Zuschauer drin, die dann so ein bisschen rumfliegen. Yo. Ah, wir haben ihn, wir haben ihn. Okay. Noch zwei Stück sind die irgendwo. Jetzt noch einmal Tweaks LP und X Nila. Wo sind die? Ja, einer kämpft bestimmt und der andere ist ja dem Gott. Geschüttet. Alter, ich habe noch zwei Herzen. Entschuldigung, das war zu verlockend. Yo, hier oben ist er. No team please. Ja. Wenn du keine Freunde hast, ja? Ich bin in der Teamlobby, Junge. Wo ist er? Da ist er. Ja. Los, hol ihn dir. Versuch's. Oh, ich habe nur noch ein halbes Herz oder so. Ja, nur noch ein halbes Herz. Okay, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Nice. Gut. Du weißt, was das heißt. Wir haben gewonnen. So ähnlich. Ja. Oh, danke. Bogen, Äpfel. Ich habe mir jetzt einen Fisch. Angelparty! Yay! Da. Oh ja, komm, lass uns hier angeln. Ja. Das macht Sinn. Play Try Jump. Ja. Aber irgendwie kommt, da, da ist ein Fisch. Pass auf. Echt? Ja. Da hat es geblubbert, hast du gesehen? Da. Wenn das so flasht, dann kommt es ein Fisch. Wenn das jetzt gleich auf seine Dings zu geht, dann muss er ziehen. Okay, gut, dass du mir das erklärst. Ich kann in Minecraft nicht angeln. Nein. Ich kann auch so wahrscheinlich nicht angeln, aber Minecraft schon ganz gar nicht. Wenn das so splasht und dann kommt irgendwann so eine Spur und die geht auf dein Angelding zu und dann geht das kurz runter, dann musst du sofort zurückziehen. Wie bei Animal Crossing. Wahrscheinlich. Bist du vollgereckt oder wollen wir... Ja, ich bin vollgereckt. Ich wollte noch eben Apfel essen, dann können wir weiter angeln. Ja, okay, okay, okay. Okay, ab in die Meter und dann fünf Schritte nach einer Richtung. Eins. Auf die Plätze, fertig. Los! Ha! Du Arsch, du. Du hast mich getroffen. Komm her, komm her. Jetzt rennst du weg. Hattest du Angst vor mir? Ja, vor dir? Auf jeden Fall. Ja, vor mir hätte ich aber Angst... Nein! Ich hab dich besiegt. Ich hab dich besiegt, aber du hast noch ein Leben. Oh, oh, ich komme zurück. Nein, ich hab doch noch ein halbes Leben. Hallo, hallo. Wo bist du? Naja, ich besiege dich nochmal. Es war knapp. Ich glaube, ja. Knapp, knapp, knapp. Wie viele Pfeile hast du denn? Alter. Oha! Nicht genug, scheinbar. Habt das! Ja! Ich hab gewonnen! Jetzt werden die wieder die gleichen. So ein... Gut gespielt. Vier Kills, drei Tone. Neun Kills, zwei Tone. Läuft doch. Heftig, allerdings richtig ab. Richtig! Ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr mal in die Beschreibung gucken. Da ist der Link zu ihrem Kanal. Das war's für diese Folge. Das reicht. Wir haben 20 Minuten. Bis dahin. Und möchtest du noch was sagen? Tschüss! Okay, ciao!